Investiere in diese Blockchain-Revolution und nimm Teil an diesem neuen Ökosystem. Hey und willkommen bei der Kryptoeule. Ich möchte heute nochmal darauf hinweisen, was für eine Revolution und was für eine Möglichkeit hier besteht, früh dabei zu sein, bei diesem Projekt und möglich noch jetzt einzusteigen, zu investieren und wahrscheinlich, vorausgesetzt es läuft alles glatt, wovon ich sehr stark ausgehe, sehr viele Gewinne mitzunehmen. Solche Videos, wie ihr jetzt hier hört, investiere und kaufe, seht ihr wahrscheinlich sehr, sehr oft. Ich kann euch aber sagen, jeder, der das jetzt hier sieht und das Ganze versteht, ich werde euch alles erklären rund um das Projekt, rund um die Blockchain, rund um das Ökosystem und jeder, der das sieht, der kann glücklich sein und wenn man dann sagt, ja, da investiere ich, dann kann ich, glaube ich, behaupten, hat man etwas Gutes gemacht und deswegen starten wir rein. Um was geht es? Natürlich, ihr habt es hier schon auf dem Kanal gesehen, also es ist nichts Neues für alle, die hier auf dem Kanal schon bestehend Zuschauer sind, aber alle, die neu zuschauen, die wird das interessieren und zwar Aleph Zero. Ihr seht das A bei mir im Hintergrund, ist die Revolution der Blockchain. Was ist Aleph Zero? Was? Genau so ist es. Super Aleph Zero ist der Brand Ambassador auf Twitter und allgemein der Brand Ambassador, hier steht es ja. Er hat das Ganze geschrieben und hat gesagt, viele Menschen sind der Existenz von Aleph Zero, dem Native Token, also er hat Keu geschrieben, ich sage Token, im Aleph Zero Ökosystem nicht bewusst. Die neue DAG-basierte öffentliche Blockchain mit Private Smart Contracts handelbar aktuell nur auf der Maxi Global. Es ist Zeit, die Leute wissen zu lassen, was kommt, weitersagen und retweeten. Er hat gesagt und genauso ist es auch, hier ist übrigens das A im Hintergrund, das Logo von Aleph Zero und man hat jetzt wirklich die Möglichkeit, hier noch früh dabei zu sein. Was ist Aleph Zero und warum geht es? Also erstmal, wenn man auf die Rangliste schaut, an den oberen Top Ten und da ist das ja, wo man früh investieren möchte in einen Token oder in einen Coin und man möchte ganz nach oben. Und genau so ist es ja. Was steht oben? Layer 1 Blockchains. Und genau darum geht es hier. Aleph Zero ist eine Layer 1 Blockchain, also ein First Layer und Aleph Zero ist der Native Token der Aleph Zero Blockchain. Und das sieht dann so aus. Aktuell, wir sehen hier den Preis, es ist nur nicht so viel Bewegung drin, aber wie ihr ja gerade gehört, es ist nur eine Börse aktuell und zwar diese hier, die Max C Global und da kann man nur sagen, wir haben einen Link, wir sind erster deutscher Partner, registriert euch da, wird uns sehr freuen, kauft da, kriegt noch 10% Cashback. Hey, nutzt ihr keinen Waffling, kriegt ihr keinen Cashback und so verdient ihr ein bisschen was, wir ein bisschen was, 10% für euch, 10% für uns, easy für alle, würde ich behaupten. Und so sieht das Ganze aus. Was ist hier das Besondere? Es ist eine wirklich sehr, sehr schnelle Blockchain. Schaut euch da alles an, LSU.org, schaut euch das White Paper an, sollte man sowieso mal drüber schauen, bevor man investiert, sage ich immer wieder. Aber kurze Information, es gibt 300 Millionen Stück, davon kommen immer 30 Millionen als Inflation dazu. Hört sich jetzt erstmal an, was, Inflation? Nee, will ich nicht. Moment, muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir zum Vergleich Avalanche nehmen, die 720 Millionen Token haben, dann wären wir erst bei 720 Millionen in, ja, rechnet mal durch, 10 Jahre später hätten wir 600 Millionen. Avalanche verbrennt immer wieder was, also könnte es sein, dass in 10 Jahren die Blockchains mit ihren Token vielleicht gleich sind, wer weiß. Auf jeden Fall 10 Jahre ist eine ganz lange Zeit und LSU ist eine Proof-of-Stake-Blockchain, das heißt, es wird gestaked und die Staker erhalten diese 30 Millionen. Bisschen geht noch was für die Entwicklung, aber die Staking-Nodes, die erhalten diese Token und diese werden natürlich auch an die Staker ausgeschüttet. Also, das ist das Wichtigste für LSU. Proof-of-Stake sehr, sehr schnell. Jeder, der schon mal eine LSU-Transaktion gemacht hat, der sagt, wow. Und so ist es auch, es ist wahnsinnig schnell und um LSU, also auf dieser Blockchain, so wie es ja im Prinzip auf allen Blockchains ist, baut sich gerade ein Ökosystem auf. Und dieses Ökosystem, das fängt gerade an zu wachsen und deswegen sollte man jetzt noch dabei sein, jetzt noch sich überlegen, hm, was kann ich abwacken, wo kann ich Geld hernehmen und wie viel kann ich investieren, weil ich sage ganz ehrlich, hätte man als Beispiel jetzt noch, ich übertreibe mal, 1000 AVAX oder sogar 10.000 AVAX, ich glaube, dann sind wir uns einig, da wären wir alle glücklich. Könnten wir natürlich auch mit Solana vergleichen oder mit Terra und anderen Layer-One-Blockchains, die da oben stehen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja Moment, Cardano steht auch da oben, die sind aber recht günstig, da muss man natürlich sagen, Moment mal, Cardano hat natürlich eine Umlaufmenge, die viel, viel höher ist, also der Supply viel, viel größer. Auf jeden Fall baut sich jetzt ein Ökosystem auf und das schauen wir uns mal an und zwar Launchpad, Web3 und NFTs, AngelBlock. Mittlerweile wissen wir, also AngelBlock möchte auf LF0 bauen, sind aber erstmal auf ERC20, also da vorsichtig und nicht direkt sagen, boah, Launchpad, ich mache jetzt hier mit, alle LF0-Projekte, ganz vorsichtig, das dauert noch ein bisschen. KYC über GateKnox, dann eine Common Wallet über GetCommon, da darf man auch gespannt sein, gleichzeitig auch eine DEX, dann Privacy wird dann über Liminal laufen, ein Market Maker mit Skynet Trading ist auch bereits gefunden, ein Stablecoin, der nur auf der LF0-Projekte gibt oder am Anfang erstmal da sein wird, der ist auch schon gefunden und zwar CLST Official, CLST wird dann der Token sein und auch eine DEX mit PanoramaSwap. Aber mittlerweile gibt es auch viele weitere Sachen und zwar, es gibt bereits eine NFT Marketplace und zwar ArtNFT und es gibt auch schon die erste NFT-Kollektion und wie ist es bei jeder Blockchain, die Punks, die dürfen natürlich nicht fehlen und genau diese kommen jetzt auf LF0, die A0 Punks, sie haben auch schon gut Follower gesammelt, NFT boomt ja immer noch so ein bisschen, auch wenn es ruhiger geworden ist, aber hier kommen welche und auf der LF0 Blockchain wird es auch CryptoPunks in diesem Sinne geben, da darf man auch sehr gespannt sein, also wer daran Interesse hat, das gibt es auch hier. Dann habt ihr ja schon gesehen, das nächste Thema ist ja DEX, sprich, wenn hier neue Token kommen, möchten sie ja irgendwo auch gehandelt werden und eine neue Token von einer neuen Blockchain, die werden nicht direkt irgendwo gelistet, dass die Maxi jetzt sagt, hier kommen die nehmen wir doch alle mit auf, das ist zwar wahrscheinlich, aber erstmal brauchen sie Liquiditätspools und so weiter, um zu wachsen, Geld einzunehmen und so weiter und dafür braucht es DEXs, also Swap-Plattform und da ist so die erste, die wir auch unterstützen, kommt noch ein Tweet dazu von uns, den ich euch jetzt zeige und zwar PanoramaSwap. Sie sind mittlerweile, haben eine Telegram-Gruppe, die ist offen und auch ihr Discord-Channel ist mittlerweile offen, da kann man jetzt reinjoinen und da wird man auch uns finden, nicht erschrecken, sage ich gleich noch was zu und zwar die ersten 1000 Follower, schaut euch das mal an, am 8. März haben sie noch hier einen Info-Tweet rausgehauen, dann haben sie ihren ersten Tweet am 24. Februar, our first tweet, if you see this, you early, also hier bist du wirklich noch ganz früh dabei und man hat mittlerweile schon 1000 Follower sammeln können, sehr, sehr cool. Sie sind auch mittlerweile auf GitHub, alles findet ihr in der Telegram-Gruppe und wie gesagt, wenn ihr in dieser Telegram-Gruppe von PanoramaSwap beitreten möchtet und da beitretet, Link natürlich alles in der Beschreibung, klickt da mal durch, dann seht ihr dieses Bild, Kryptoeule, Stefan V., also mich in diesem Falle, seht ihr dort als Admin und viele haben bereits gefragt, ob wir da beteiligt dran sind, sind wir da bereits und wir sagen ganz klar, wir sind nicht daran beteiligt, ich bin dann nur Moderator und unterstütze gerne RF-Zero-Projekte, PanoramaSwap wird einer der ersten Dexes für RF-Zero sein und hat sehr, sehr viel Potenzial, deswegen kommt doch in die Telegram-Gruppe, weil sie werden natürlich auch einen eigenen Token haben und jeder, der früh in der Telegram-Gruppe ist, der gehört natürlich zur frühen Community und erfährt natürlich auch, wenn es da was Neues rund um den Token, der Investition und so weiter geht, also wenn es da was Neues gibt und deswegen, warum nicht früh bei einer Telegram-Gruppe dabei sein, aber sie ist natürlich nur Englisch. Man sieht ganz klar, das Ökosystem, das baut sich auf, NSTs und so weiter, alles ist da, zum Staking noch, in den nächsten Tagen wird es ins Testnet gehen und nach vier Wochen fehlerfreiem Laufen auf dem Testnet wird es dann auch ins Mainnet kommen, sprich dann beginnt auch das Staking und wenn das Staking da ist, also dann in ein paar Tagen plus vier Wochen fehlerfrei laufen, dann ist es so, dass natürlich auch viel mehr Interesse daran ist, wenn man dann sagen kann, hey, wir haben jetzt übrigens Staking, leg doch hier deine 1000 Token als Beispiel, leg die doch an und verdiene hier eine gute Rendite, schon hast du wieder mehr Interesse auf das Projekt, also werden da dann auch wieder neue Leute hinzukommen. Dann schauen wir mal kurz auf die Roadmap und da sehen wir ganz klar, sie arbeiten an den verschiedensten Sachen und das ist sehr cool, auch das Thema Bridges kommt so langsam und zwar, wir sehen hier, Bridge 1 wird Kusama und Ethereum sein, sehr cool, wie ich finde und die Bridge 2 wird Polkadot, Kosmos und die Binance Smart Chain sein, da darf man sehr, sehr gespannt sein. Also wir sehen hier, kommen sehr interessante Sachen, alles natürlich erstmal im Testnet, es kommt alles nach und nach, aber man ist hier noch wirklich sehr, sehr früh dabei. Jetzt schauen wir mal auf den Preis, um zu schauen, wo steht der eigentlich und wenn ich hier investiere, was muss ich dafür eigentlich ausgeben? Wir sind noch, wie gesagt, sehr früh, noch nicht so viele Tage, wir sind hier im Tagesschart, so viele Tage gibt es das Projekt noch nicht, wir sehen es, 44 Balken sind es bisher, also heute der 44. Tag auf der Maxi Global, kann man sehr froh sein für die Preisentwicklung, wie ich finde, 1,88$ ist das All-Time-High, man hat hier gut gestartet, dann noch mal kurz ein Rücksetzer bei 73 Cent und dieser 1 Dollar wurde hier mal kurz unterbrochen und wir machen mal die Linie für den 1 Dollar, die ist nämlich hier, wenn ich sie treffe, da schaut mal kaum unter 1 Dollar, also recht stabil über 1 Dollar und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es noch wirklich sehr, sehr günstig. Warum ist es jetzt auch noch günstig? Also wir wissen, das Ökosystem baut sich auf, wir wissen, es ist nur eine einzige Börse und zwar die Maxi Global, Link in der Beschreibung, direkt als erstes, wie gesagt, wenn man kaufen möchte, warum nicht den Link nutzen? Dann sieht man hier ganz klar, dass die Entwicklung positiv ist, NFTs kommen, Staking kommt, das Ganze wird natürlich auch größer werden, aber auch das nächste Thema, nächste Börse und wir wissen ja, es ist ein Layer 1 Token und ein Layer 1 Projekt muss oder geht erstmal auf eine SACS, also auf eine Centralized Exchange und dann ist natürlich sowas wie Binance, KuCoin und so weiter die ersten Anlaufstellen. Maxi Global ist ja die Börse, die am drittmeisten Token gelistet hat und da kommt noch eine drüber, die am zweitmeisten Token gelistet hat und zwar ist das Gate.io und da schauen wir jetzt mal drauf, weil da ist nämlich was gespottet worden, wir haben es auch getweetet, aber es gibt noch kein offizielles Announcement und zwar, wenn wir jetzt mal auf Gate.io gehen, das ist mein Account und dann schaut ihr mal, A0 habe ich hier eingegeben, man kann hier aktuell A0 einzahlen, das haben auch schon einige gemacht, ja, Blockchain ist L of Zero, A0 kann man einzahlen, ist möglich, aber muss man ganz ehrlich sein, es gibt noch keine offizielle Ankündigung, weder von Seiten der Börse noch von L of Zero, aber natürlich hat die Börse immer das Recht, als erstes diese Ankündigung rauszubringen und erst wenn das der Fall ist, dann würde ich auch hier was einzahlen und dann kann man auch davon ausgehen, weil Gate.io ist im Vergleich zu Maxi Global ein bisschen bekannter, wie ich finde, Maxi Global ist zum Kommen und in Deutschland suchen sie gerade Partner, Werbepartner und so weiter, da kann ich euch versprechen, ihr werdet, glaube ich, in Zukunft noch öfter von der Börse hören, da weiß ich nämlich ein bisschen was, auf jeden Fall wissen wir, Gate.io ist ja auch eine recht bekannte Börse und bei der Maxi Global war es so, dass viele gesagt haben, boah, ne, eine neue Börse anmelden, da habe ich gar keine Lust drauf und Gate.io sind auch schon im Vergleich ein paar mehr Nutzer, das heißt, mehr Nutzer, neue Börse, heißt natürlich, da wird ein kleiner Run ausgelöst, ein bisschen vielleicht eine Werbeaktion mit Staking oder mit Einzahlbonus und so weiter und schon kommt da ein kleiner Run und der Preis sollte dann nach oben gehen, das heißt, wenn man das Video jetzt hier gesehen hat, ist davon überzeugt und sieht, wow, ist nicht schlecht, Blockchain läuft wunderbar, können wir auch noch drauf schauen, dann werden wir sehen, dass das eine super Sache ist, wie ich finde und deswegen kann man nur sagen, jetzt ist man noch früh dabei und wer weiß, wenn die Ankündigung kommt, dann geht das natürlich schnell nach oben, weil natürlich auch wieder mehr Interessenten daran sind. Schauen wir noch kurz auf die Blockchain, um zu sehen, sag mal, geht das denn wirklich so schnell? Schaut mal, das ist die Blockchain. Also hier sehen wir das Mainnet und eine Sekunde beziehungsweise bis zu zwei dauert ein Block, schau euch das an, zack, 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 das ist Wahnsinn. Also wir sehen hier ganz klar, hier geht einiges, die Blöcke rattern durch, aktuell gibt es ja wenige Transaktionen im Vergleich, guck mal, ich kann immer wieder runter scrollen, im Vergleich wenige Transaktionen, natürlich, aber lasst mal NFTs kommen, lasst mal Dexes kommen und so weiter, dann glaube ich, ist hier ganz schnell, ja, Stress in der Bude, dann geht es hier ab und ich glaube, es kommen noch sehr viele neue Token, denn die Dexes werden neue Token mitbringen, die NFT Börse wird wahrscheinlich neue Token mitbringen, neue Projekte, auch rund um Metaverse und so weiter, werden hier auf dieser neuen, schnellen Blockchain entstehen, da könnt ihr euch drauf verlassen, deswegen, das Ökosystem wird automatisch wachsen, noch ist man früh dabei, wir können nicht oft genug dazu predigen und sagen, jetzt noch einsteigen und spätestens, wenn der auf 10 Dollar ist, dann sagt man, ja Mist, hätte man mal, aber wir persönlich gehen davon aus, im nächsten Run, im nächsten großen Bullenzyklus, kann man eigentlich davon ausgehen, dass LSU sich mindestens in die Top 50, zumindest ist das unsere Prognose, unsere Vorhersage sich festsetzen wird, wenn nicht sogar den Angriff in die Top 20 finden wird und dann reden wir natürlich von Preisen, die auch über 10 Dollar sein werden, in diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen nochmal überzeugen, wir haben uns echt überlegt, machen wir nochmal so ein Video, aber LSU ist wirklich eine Empfehlung wert und deswegen nochmal so ein Video hinterher, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.